Spawnt bestimmt gleich wieder her. Guck, ich wusste es. Der ist hier wieder gespawnt, der Typ. Haben wir uns geholt. Und da spawnt er wieder, habt ihr es gesehen. Scheiße, ich hatte keinen C4 mehr, ich hatte keinen C4 mehr. Alter, wuh! Hold on! Jo, ne Runde, willkommen zu einer Runde C.U.D. Black Ops 2. Ich hab so ne Hals, liebe Freunde. So ne Hals, Alter. Ich nehm das jetzt schon zum zehnten Mal auf. Ihr wisst, beim ersten Mal City Car Driving heute Mittag war der Server einfach leer. 400 Leute haben gespielt, kein Mensch war da, weil die ganzen Schulkits in der Schule saßen. Dann, beim zweiten Mal, hat mein WLAN keine Verbindung. Steht da, can't connect to server, Alter. Dann hab ich's nochmal probiert. Ging wieder nicht. Jetzt spiel ich über mein mobiles Internet, Alter. Über meine 100 GB Datenvolumen. Dank, Bruder Fohlen. Vielen Dank dafür, Alter, dass das jeder gekriegt hat. Sonst könnte ich hier gar nichts aufnehmen. Weil es nur geleckt hat, man, wegen dem scheiß WLAN. Und dann spiel ich einfach ganz gechillt. Und was kommt dann? C.U.D. ist abgestürzt. Herzlichen Dank dafür. Jetzt scheinen wir aber, es funktioniert. Ich hoffe, es funktioniert jetzt mal alles. Wir spielen natürlich meine Lieblings-Map. Keine Ahnung, wie heißt die? Hijacked. Genau. Schön enge Map. Man begegnet sich oft. In den anderen Maps bin ich immer reingecheckt. In so riesengroße hier. Plaza und wie das alles heißt, liebe Freunde. Da bist du rumgerammelt. Eine Stunde, Alter. Da ist keinem gefunden. Da war jemand. Scheiße. Wo ist der hin? Boah, 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 boah. Habt ihr das gesehen, Alter? Der konnte gar nicht sterben. What the fuck is this, Alter? Der hackt, Mann. Hätte der mich jetzt gekriegt, ich... Junge. Du Behinderter. Die hacken! Die hacken jetzt mal ehrlich. Ich mein, ich hab das Spiel lang nicht mehr gespielt. Da ist logisch, dass da der Aim nicht so geil ist. Aber, also, wie man hier so manchmal schnell stirbt, also das ist echt schon, liebe Freunde, das kannst du keinem erzählen. So schnell ist man da hier noch nie gestorben. Digga. Yo, Digga. Yo, 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 yo. Wen wolltest du denn schießen? Boah, Digga, Digga, Digga. Digga, er messert mich. Er messert mich. Bist du noch da drin? Nein, anscheinend nicht. Wen wollte den? Den, 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 den haben wir, den haben wir, den haben wir. Wo ist der Nächste? Der müsste doch hier... Irgendwo müsste doch hier einer immer spawnen. Da. Den haben wir uns gerückt. Und jetzt spawnst du wieder hier irgendwo. Sag ich doch. Digga, der, Digga, der hackt! Ja, gut. Gucken wir mal den besten, äh, Camperpunkt hier oben uns an. Wo sind wir alle stehen, die Pisser? Gut, diesmal nicht. Da war da drüben noch jemand. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich kriege ich den, der mich, Alter. Ist klar. Denke ich auch so. Denke ich auch so lieb, wurde. Da liege ich noch. Habe ich ja eigentlich sowas. Oh. Was ist denn das? Ich weiß gar nicht, was ich da rein habe, liebe Freunde. Du Pisser, komm. Dich kriege ich, Mann. Ja. Boah, Alter. Das war meine letzte Kugel im Magazin. Krasses Ding, Mann. Komm, die spawnen immer hier unten. Da. Ich wusste es. Ist schon wieder der. Der kann mich gar nicht treffen. Laber doch nicht. Jetzt rage dir aber gleich mal jemand richtig ab. Das kann ich euch versprechen, Alter. Dungel. Boah, Alter. C4 Kill, Alter. Ein Glück. Spawnt bestimmt gleich wieder hier. Guck, ich wusste es. Der ist hier wieder gespawnt, der Typ. Haben wir uns geholt. Und da spawnt er wieder. Habt ihr es gesehen? Scheiße, ich habe keinen C4 mehr. Ich habe keinen C4 mehr. Alter. Wuhu. Alter. Gleich bin ich so tot. Weil die hier jetzt wissen, dass ich hier campe, sage ich mal. Gleich steht auch bestimmt im Chat hier. Wilfried ist Spawnt Camper. Und so. Ach, siehst du, da wollte mich jemand treffen. Hat er aber nicht. Da, da kommt ihr habt, ihr habt das gesehen. Nein, Digga, was war das? Hier ist sie alle. Da ist jemand direkt neben mir gespawnt, wo ich dann gestorben bin. Da. Look at this. Den haben wir, liebe Freunde. Den haben wir. Boah, Digga. Wie kann so ein scheiß Noob Erster sein? Level 55 da. Mogo Kind. Da holt sich bestimmt gleich jemand Vorräte. Da, guck. Da unten. Aber da komme ich nicht hin. Nein, wieso stelle ich mich aufs Podest? 15, 14 gerade noch so positiv, Mann. Ich könnte auch mal eine andere Waffe probieren. Das könnten wir natürlich auch mal versuchen. Ja, das, 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 das kann es keiner erzählen, Alter. So, daneben stand noch jemand. Der wollte mich dingsen, oder wie das heißt. Digga, von jeder behinderten Seite, das gibt's nicht. Hä? Wo ist der? Ja, warte mal. Kommt jemand? Kommt bestimmt erst jemand, wenn ich mich hinstelle, Mann. Ah, C4, ich hab's gesehen. Du Noob, du Noob, Alter. Du Noob. Fuck it, Mann. Damn. Son. Unten liegen die Vorräte noch, aber ich hole die mir immer nicht. Das ist mir etwas zu. Digga, Digga, Digga. Hinlegen, blockiert. Das ist etwas zu gefährlich, wollte ich sagen. Wieder der undankbare Viertelplatz, Alter. Wie oft denn noch, liebe Freunde? Zwar sind wir jetzt positiv, nicht so wie in der ersten Runde. Da waren wir, glaube ich, negativ. Aber wieder der Viertelplatz. Was ist da los? Bin ich auch noch der letzte Abschluss? Ne, das bin ich nicht. Aber der hat doch meine Waffe genommen, oder? Oh, liebe Freunde, wieder der undankbare Vierte. Das kann ich. Ich würde sagen, wir hängen noch eine kurze Runde hinten ran. Gucken, ob was frei ist bei Partyspiele. Oh, nee. Das sieht nicht gut aus. Boah, du Behinderter. Gucken, ob da jetzt noch eine kurze Runde am Start ist. Sonst wird es ja wieder zu lang. Oh, Raid. Geil. Geil. Hollywood Hills. Das habe ich schon lange nicht mehr gespielt. Die Map. Damn. Die ist zwar riesig. Genau das, was ich nicht wollte. Ihr wisst es, aber... Egal, Alter. Eine Runde kann man schon mal. Ich spiele mal mit der MSMC. Die ist zwar nicht so gut hier, denn... Die ist ja auch weiter nicht so gut. Nicht so wie die AN. Aber juckt nicht. Komm, wir müssen auch mal was anderes nehmen. Hey, der ist gerade umgefallen. Hat er sich... ...selber gekillt, Mann. Digga. Was willst du eigentlich? Hier ist die geile Geldkammer. Da würde ich mir gerne mal was mitnehmen, wie vorne für den CLA 45. Da würde ich mir direkt noch ein bisschen was können. Ja, natürlich. Wir sehen mich an und nicht den, der genau vor dir steht. Ist klar. Macht man so. Macht man auf jeden Fall. Hier oben ist immer Camping Position Number One. Aber da brauchst du auch ein gutes Gewehr und nicht so eine Drecksmöhre, wie ich hab. Was? Feindlicher Robot. Tarnhelikopter. Oh, nee. Das gibt gleich aufs Maul. Tarnhelik ist... ...ungeil. Sag mal... ...haben die ja alle ein Aim-Bot an, oder was? Das kannst doch keiner erzählen. Boah, das Ding ist zum Kotzen. Ich hasse das. Wer ballert hier? Digga, du ballerst. Du ballerst. Du ballerst aber richtig schnell. Boah, wie ich das Ding hasse. Guck mal. Genau über meinem Kopf, Mann. Behindert? Ist der behindert? Der kann mich gar nicht treffen. Oh je. Der Typ rastet richtig aus mit seinem... Guck, da wusste ich, dass da jetzt einer kommt, Mann. Oh. Oh. Digga, nein! Was mach' ich? Wir legen, wo geht's? Digga, Alter! Wer verkacken kann man nicht, aber er auch. Er hat auch null getroffen. Alter, was war das denn? Komm nur rein. Komm nur rein. Ja, ich weiß, liebe Freunde. Ich campe. 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 Jetzt hab' ich dich verdammt, du Misssau. Er wirft noch extra, wollte mich blenden, verdammt. Hat er aber nicht geschafft, Alter. Schön beim Nachladen gecashed den Typ. Digga, 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 Mann, die MSNC, die ballert doch schon neben das Gehirn raus, Alter. Was will der noch? Verdammt. Ich hoffe mal, ich übersteuere nicht so, weil ich, wie gesagt, kein Popschutz und alles drumheran. Jo, 5, 6, Digga. Man, negativ, ja. Negativ, ja, bin ich negativ für dich. Oh, krasser Typ. Wenn der nicht krass ist, bin ich das? Ne, bin ich nicht. Also, jetzt haben wir natürlich, gut, wir sind nur zugejoint, das muss man dazu sagen. Sind Platz Nummer 5, aber nur zugejoint, also die anderen hatten schon Vorsprung. Logische Sache. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Lasst einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da, schaut bei Instagram vorbei. Und ich würde sagen, Hallo, bis zum nächsten Mal heute. Tschüss. Tschüss.